Ich habe meine Ausbildung hier bei der Firma PKM als Zerspannungsmechaniker absolviert und war von dem Team direkt begeistert und bin direkt hier geblieben. Als Zerspannungsmechaniker stelle ich die ganzen kleinen Puzzleteile her, die zum Schluss zusammengesetzt werden und die ganze Maschine ergeben. Es ist ein großartiges Gefühl, wie man hier mit den Mitarbeitern, den Kollegen zusammenarbeitet, bis die Maschine fertig ist und aus dem Haus geht und wenn man dann sieht, wie beim Kunden die Produktion startet mit der fertigen Anlage, das ist einfach wunderschön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017